Die wohl bekannteste Großfamilie Deutschland ist zerstritten. Kalanta Wollny hegt schwere Vorwürfe gegen ihre Familie, doch bisher schwieg Mama Sylvia zu diesem Thema, nun dass die Wollnys gelten normalerweise als harmonische Großfamilie, in der trotz aller Lebensstrapazen der Zusammenhalt im Vordergrund steht. Punkt doch Kalanta zog sich bereits vor einiger Zeit aus dem Familienshow-Business zurück. Punkt sie äußert häufig Kritik an ihrer Familie. Worauf Mutter Sylvia bisher nicht reagierte. Jetzt zeigt sie jedoch erstmals eine Reaktion. Punkt Kalanta Wollny lebt weiterhin getrennt und im Streit mit ihrer Familie. Kalanta Wollny hat sich nicht einfach aus einer Laune heraus von ihrer Familie abgewandt. Vielmehr fühlt sie sich unterdrückt und in der Opferrolle. Sie behauptet, in ihrer Kindheit sexuell missbraucht worden zu sein, was ihre Familie jedoch stets bestreitet. Kalanta ist unzufrieden damit, dass ihre Familie das Thema einfach ignorieren möchte. Vor kurzem sorgte sie erneut für Schlagzeilen, als sie auf Instagram über ein eingestelltes Verfahren gegen ihre Familie sprach und den Verdacht äußerte, dass ihre Schwestern dahinter stecken könnten. Auf Instagram ist Kalanta Wollny sehr aktiv und informiert über ihre scheinheilige Familie. Sie postet regelmäßig Fragesticker in ihrer Instagram-Story, auf die Fans reagieren. Nicht böse gemeint, aber ich finde es nicht fair, schreibt ein Fan zum Beispiel über ihre Anschuldigungen gegen ihre Familie. Kalanta antwortet, aber es ist okay, was man mit mir macht. Neben dem eingestellten Verfahren ist auch Kalantas Obdachlosigkeit derzeit ein heißes Thema. Fans der Familie fragen Silvia auf Instagram, was sie dazu sagt. Sie antwortet knapp, sie ging freiwillig. Besonders interessant wird es, als ein weiterer Follower Silvia schreibt, das, was sie macht, finde ich lächerlich, sie sucht nur Aufmerksamkeit. Punktendlich äußert sich Mama Silvia Wollny zu Kalantas Anschuldigungen, das lang ersehnte Ereignis tritt ein, Mama Silvia, das Familienoberhaupt, nimmt erstmals Stellung zu den Reaktionen ihrer Fans. Punktso ist es und genau aus diesem Grund sagen wir dazu auch nichts. So viele Widersprüche. Veröffentlicht Silvia in ihrer Instagram-Story. Diese Aussage enthüllt mehr, als ursprünglich beabsichtigt. Sie stimmt einem ihrer Follower zu, dass Kalanta sich bloß stellt. Wie die Familienstreitigkeiten weitergehen werden, bleibt abzuwarten. Punkt sicher ist, dass Kalanta nicht so schnell aufgeben wird. Schließlich trat Kalanta Wollny in der Vergangenheit bereits mit einer Vielzahl von Anschuldigungen an die Öffentlichkeit. Punkt. Punkt.